hallo herzlich willkommen bei wetzel automobile guten morgen aus hamburg ich höre immer so ein neues wort für dieses auto ich komme immer noch was ja goldstaub hier ja alle sagen es ist goldstaub ich habe nämlich nagelneuen mercedes g klasse 350 diesel 37 kilometer gelaufen also nicht 37.000 sondern 37 einmal von mercedes zu mir ich verkaufe den der sofort verfügbar ich weiß die haben zweieinhalb jahre bestellt stopp oder wie lange weiß ich nicht lieferzeiten von drei jahren gerade glaube ich und ja hier steht ein echt hübscher finde ich ganz schön kontribuiert baujahr ist dann entsprechend 4 3 22 die ausstattungsliste kann ich jedem zuschicken der interesse an dem auto hat der sieht natürlich aus wie ein neuwagen aussieht wobei jetzt ein bisschen staub drauf guck mal hier ich hatte ja mal so ein für eine woche dann fand ich ihn danach total mies weil ich habe mir dann lerne macchiato gekauft und wollte ihn irgendwo abstellen und dann habe ich gesehen dass es gar kein halter da ja fand ich echt nicht so cool die neuen allerdings sind schon also die nächste serie war dann wirklich toll und jeder den hatte war begeistert es gab nämlich auch was zum abstellen für den latte macchiato becher cool er kommt die noch mal auf die andere seite rum also 350 diesel wenn es ein 500er gewesen wäre wäre er schon weg der wird voraussichtlich nicht zu mobile reinkommen der will ich nur über mein newsletter verschicken wenn da jemand interesse hat mich einfach heranrufen dann sprechen wir darüber und ja wie sieht er aus von innen guck mal auch echt hübsch wie ich finde ich überlege ja wirklich sehr so ein bisschen passt noch nicht in meine garage leider das zu hoch das ist ein bisschen doof ja also ganz schick geworden finde ich die neue also was heißt nur dieses jahr nicht mehr sind auch schon zwei jahre oder sowas gibt es ja auch schon oder drei sogar aber machen wir display an auch coole videos dreht muss man aufpassen dass keine musik läuft das ist nämlich ärger mit der gema aber nachrichten glaube ich ist kein problem nachrichten geht nachrichten geht ja so sieht er aus also schick einfach schickt konfiguriert finde ich so machen wir wieder aus cool wie gesagt ist gerade von mercedes hierher gekommen auch noch nicht braucht man eigentlich gar nichts zeigen kann einfach vorstellen kannst sagen neuwagen und so ist also er ist halt top zustand cool ja ich fahre natürlich jetzt nicht weil es regnet draußen und das erfährt glaubt mir wahrscheinlich jeder und das auch alles funktioniert glaubt mir wahrscheinlich auch jeder ich würde vorschlagen wenn das was ist einfach anrufen sprechen wir über das auto und dann haben sie vielleicht neue mercedes g klasse in der gerade stehen vielen dank fürs zuschauen und viel spaß beim nächsten video wetzel automobile danke tschüss ja 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 ja